Und willkommen zurück bei Prince of Persia. So, neue Session und ich habe mal wieder kein Plan. Vielleicht auch meine alte Freundin. Ja, ich habe es schon vermutet. Joa, hoch halt, ne? Wollen wir mal. Da rüber? Ja, sieht so aus. Zack, 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 zack. Willst du schlampeln? Ja. Oh, schön. Ich glaube, das sollte jetzt nicht unbedingt so, aber hat funktioniert. So. Hier wird meine kleine Kleber. Wir müssen einen Weg zu dieser Kraftplatte finden. Welcher? Dieser? Ach, die, dieser. Da drüben ist irgendwie so ein Ding zum benutzen. Das machen wir doch einfach mal. Wird schon vielleicht was gut sein. Nein, nicht ab. Oh. So. Ja doch. Tja. Ne, rüber da. So. Was genau ist da jetzt passiert mit? Dann ist er wieder weg. Also war das nur damit wir hier lang können. Okay. Hier. Ja, aber das bringt ja nichts, oder? Ach doch. Ach, das hat sich gedreht. Verstehe. Gelben waren ja zum Fliegen wieder. Ja. Gut. Mal aufpassen, dass ich nach dem Link klatsche. So. Läuft. Hoch. Eindeutig. Vielleicht landen wir doch nicht in der Trophäensammlung des Jägern. Heilen wir dieses Gebiet. Ach, da drüben ist es schon. Lass mich doch mal da hin. Neue Lichter verfügbar. Juhu. Da! Das gefällt dir nicht, was? Das ist? Das Land ist geheilt. Wir müssen weiter. Aha. Warum seid ihr denn so kratzwürstig? Ihr habt das genossen. Dem Ding eine Lektion zu erteilen? Rache für die Menschen zu nehmen, die es umbrachte? Ja, ich hab's genossen. Und ihr habt das ebenso genossen. Keine Sorge, Prinzessin, ihr seid immer noch gut genug für uns beide. Genau. Und mit euch als Maßstab macht mich das zu einer Heiligen. Kommt, ich habe alten Damen vom Markt nach Hause geholfen. Wenn sie attraktive Töchter hatten? Ja, denen half ich dann später. Das schwarze Tor ist offen. Ist das was Gutes? Wir können in das Versteck des Verdammten. Und wenn wir das fruchtbare Gebiet dort geheilt haben? Dort gibt es kein Gebiet. Die Essenz des Ortes steckt in dem Verdammten selbst. Und er wird uns die einfach nehmen lassen? Ha, viel mehr davon und ich werde mein Schwert nachschleifen müssen. Aber wir werden erstmal uns dem Lichtkeimen widmen, wie immer. So, jetzt mal gucken, ob wir noch ein paar einfacher sind. Ansonsten nehmen wir die gelbe Kraftplatte. Ah, gut, da ist noch ein bisschen was. Wo wir wohl so ran kämen. Aber... Hup! Ach, Sturz! Ne, auch schon. Man sollte nicht blind links einfach irgendwo hinnehmen. Wir nehmen trotzdem erstmal jetzt die Kraftplatte. Oh. So. Okay, da landen wir vielleicht ganz woanders. Halb so was mit dem? Na obwohl. Hä? Hä? So einfach und weg. Ich brauche euch lebend. Ja, ja. Ich mich auch. Das könnt ihr glauben. Das wird schon... Ja. Fail, sag ich mal. Hä? Hier hat doch irgendwas gezockt. Lichtkeim, nicht Lichtkeim. Grafik-Bug oder so. Ja, Sturzchen. Oh! Da hab ich jetzt nicht wirklich aufgepasst. Ich geb's zu. So. So. Ist hier nichts. Jo. Kommt hier noch was? Na, da drüben. Wo sind wir? So. Kann man sich da nicht direkt wieder hin teleportieren? Ich hab nämlich jetzt keinen Bock zurückzulaufen. Geht nicht. Ah, wenn ich mich hier hin teleportiere? Dann wieder zurück teleportieren? Müsste immer noch schneller gehen als zurückzuklettern. So, der Lein. Okay, wo sind wir jetzt? Das war gar nicht das zuletzt Gehaltegebiet. Haha. Hier müssen wir uns hin teleportieren. Daran liegt's. Wär auch so gegangen. Naja. Weil es so schön war, teleportieren wir halt ein paar mal mehr. So. Kann man hier jetzt runter. Hier kann man noch runterrutschen. Was? Okay, so weit runter wollte ich noch nicht, aber... Wir brauchen mehr davon. Nein. Absprung nicht geschafft. Na gut, aber dann können wir doch mal versuchen. Wie? Nein. Bisschen weiter hier. Runter. So. Genau. Hier wollte ich Hängelei. Gut. Hier gibt's aber nichts. So. Ah, hier können wir uns jetzt ganz gemächtlich runterrutschen. Oh, ey. Rutsch doch. Zack. So. Drüben. Ich schwirr hier in der Luft. Na gut. Ist da noch was irgendwo unterwegs? Ich sehe nichts. So. Nee, da klebt nichts mehr. Weiter oben. Nee. Nicht klettern. Rund ein. Komm. Runter, 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 runter. Da ist nichts. Hier gibt's ja nichts weiter. Was sind denn die Eilen? Keimei. Wo? Passt. So. So. Weiter, weiter, weiter. Nein, ich auch. Darüber sonst nur. Sehr schön. So. Zack. Komm. Komm. Kleid dazu. So. Was gibt's hier? Da ist ein Lichtlein. Da sollen wir vielleicht nicht hinkommen. Müssen wir erstmal... Ah ja. Durchgang. Aber da geht's wahrscheinlich noch weiter. Erstmal den da drüben. Kannst ruhig wieder runter. Kein Thema. So. Hören wir uns jetzt den da drüben. Ja. Müssen wir. Okay. Das ist ne grüne Palette. Äh, Plakette. Nicht Palette. Die nehmen wir noch mit. Stimmt. 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 Da haben wir den. Wird hier sonst noch was rum? Nee. Nee. Komm wieder hoch. So. Gut. Lass. Ja. Und hoch... Da sind wir wieder... Sie haben ja... Gesehen haben? Aber das ist der Grüne. Hier drunter schwirrt irgendwie noch was. Aber mal so feilen lassen ist er hier nicht. Da kann man nicht runterglitschen, da auch nicht. Das ist zu tief, glaube ich, oder? Ja. Da ist ja noch ein Weg irgendwie. Da ist ja nicht noch irgendwo ein Abstieg. Das ging ja nur hier runter. Ich würde sagen, einfach mal auf ins nächste Gebiet, bevor das hier ewig dauert, und da halt teleportieren. So, ist noch ran. Hier runter. Wie weit? Ganz runter? Wahrscheinlich. So, Glitschi. Ach, da drüben wäre noch ein Lichtkammel. Zu spät abgebogen. Zick. Da rüber. Da gibt es noch Lichtkammel. Sehr gut. Das sieht so alt aus. Drüber weggehüpft. Halt auf was. Da steht er davor. Jetzt passt es. Das ist doch schön. Können wir den beiden noch was mitnehmen? Okay. Malanzieren. Und mit Brügelein. Nein. Nein. Komm, wo ist ich nicht? So. Tschüss. So. Wo geht es weiter? Alles klar. Falsch gelaufen. Okay, da drüben lang. Hopp, mit dir! Aieieieie! Klappe! Klappe! Tut gut. Ah ja. Ist der jetzt irgendwo abgebogen? Und nützt auch so ne paar... Ich will immer Palette sein, warum? Kann man mal rumgehen? Ja. Die königlichen Gärten. Ich wünschte, ich wäre öfter hier gewesen. Ich hatte nie die Zeit. Das Leben rennt einfach. Gerade ist man noch reich, dann schaut man plötzlich der Apokalypse ins Auge. Oder vors Knie. Wie groß ist Ariman? Gegen ihn ist sogar euer Ego klein. Oh. Na, dann müssen wir ihn erst recht aufhalten. Benutzen wir die Platte. Oder wie ich sagen würde, die Palette! Den Tag werde ich weg. Und Slugging! Ach, da war er ja kurz mal weg. Oh, da war er. Oh, da war er. Oh, da war er. Wenn das Gärten war, wo sind die Pflanzen? Das Dunkel hat die wenigen verschlungen, die übrig waren. Der Rest... Seit meine Mutter tot ist, hat sich niemand darum gekümmert. Dort drüben an der Säule ist eine Platte. Wir können sie anheben, wenn wir den Teich füllen. Wie ein Gegengewicht. Die Winden kontrollieren Schleusentore, die das Wasser in die Staubecken leiten. Eine Idee, welche wir zuerst probieren? Beginnen wir doch dort drüben. Aber wie wir die Schleusentore öffnen sollen? Ich habe nur als Kind einmal gesehen, wie die Platte gehoben wurde. Und da war sie nicht aktiv. Na, dann sprechen wir nochmal mit ihr. Wenn sie nicht immer vor uns weglaufen wird. Wo ist dieses schwarze Tor? Am höchsten Punkt der Gegend. Wow. Deswegen sollten wir jetzt unbedingt mit ihr sprechen. Na gut. Alles weitere dann in der nächsten Folge. Bis denn! Dann. Dann.